Wir sprechen jetzt nochmal kurz über die Designer-Düfte für Herbst und Winter 2021, weil ich ja das Feedback bekommen habe, dass es nicht immer so viel Kohle jetzt gibt bei den Leuten und dass man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen was günstigeres sich snacken kann. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe hier schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich freue mich gerade sehr auf den Alexandria Orientale und drei, die ich die Tage ergattert habe. Aber krass, ja. Orientale ist einer der besten, finde ich. Gefällt mir fast noch ein bisschen besser als der drei. Fangen wir einfach mal an mit so einem Klassiker. Also etwas, was ich grundsätzlich immer für den Herbst und Winter empfehlen würde, ist natürlich der gute alte Spice Bomb Extreme von Victor & Rolf. Für mich immer noch, ist ganz witzig, wenn man sich so Parfum-YouTuber anschaut, ist immer eigentlich bei so Winter-Düften der Spice Bomb drin. Das ist ein unfassbar bekannter und beliebter Duft und ich finde ihn auch immer noch einen absoluten Hammer. Es ist hauptsächlich für mich ein Zimtduft mit so ein bisschen schwarzem Pfeffer mit drin und so einer vanilligen Basis. Also es ist ein sehr süßer Duft mit vielen Gewürzen. Deshalb passt der Name auf jeden Fall. Es gibt auch noch den normalen Spice Bomb, aber ich finde den extrem besser, weil er tatsächlich nicht extremer ist, sondern ein bisschen sanfter und nicht so scharf wie der Spice Bomb. Und weil er auch ein bisschen länger hält. Deshalb Spice Bomb kann man sich immer geben, finde ich. Was man sich auch immer geben kann, ist der Armani Stronger With You. Absolutely. Den habe ich tatsächlich als Flakon im Auto liegen, glaube ich. Ich habe ihn jetzt leider nicht mit dabei. Aber das ist auch ein sehr, 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 sehr gutes Release. Ich fand die ersten beiden, also den Stronger With You, den normalen Stronger With You, fand ich nicht so geil. Den Stronger With You Intensely, den gab es noch, den fand ich auch nicht so geil. Obwohl der, ja, ich weiß nicht, hier ist er jetzt besser. Ich fand ihn nicht so geil. Aber das Allergeilste ist wirklich der Stronger With You. Absolutely. Der Flakon auch, Freunde, ich sage es euch, ein super, super hübscher Flakon. Und das wäre jetzt so ein typischer Gourmand-Duft. Also Süßspeise. Hier ist so ein bisschen alkoholisch riecht er, steht hier. Also Rum ist hier aufgelistet. Aber hauptsächlich Vanille, glasierte Kastanie. Also so ein bisschen so Weihnachtsmarkt-Feeling. Für den Winter ein sehr, 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 sehr guter Duft, wie ich finde. Dann sehe ich hier noch, hatte ich mir aufgeschrieben, den Gentleman Givenchy. Da ist ganz wichtig, welchen man sich holt. Und zwar würde ich mir immer holen das Eau de Parfum. Genau, der Deckel sitzt ein wenig stramm. Das finde ich aber gut bei dem Armani. Ich sage es dir ganz ehrlich, das finde ich sehr, sehr gut bei dem Armani, weil das irgendwie dadurch hochwertiger wirkt. Ich mag das nicht, wenn die Deckel so flimsig sind. Das mag ich gar nicht. Deshalb der nächste Gentleman Givenchy. Vom Flakon her übrigens einer der geilsten, die es gibt. Für die Damen würde ich empfehlen den Givenchy Lanterdie Rouge. Den habe ich jetzt gerade auch gesnackt mir. Finde ich für Frauen einen der geilsten Düfte, die es überhaupt gibt. No joke. Und bei Gentleman Givenchy, der geht halt so ein bisschen in Richtung von dem Dior Homme. Nur halt ist es, glaube ich, eine gute Alternative. Also der ist ein bisschen, ist halt mal was anderes so. Wenn man den Dior Homme Parfum kennt, dann kriegt man mit dem Gentleman Givenchy einfach so ein bisschen Variation hin. Aber es ist im Grunde genommen ein Iris-Duft mit Lavendel, Vanille in der Basis. Und von der ganzen Sillage her, ich weiß, mein ehemaliger Chef hatte den. Immer wenn er den getragen hat, du hast den den ganzen Gang über gerochen. Also von der Performance her auch sehr, sehr gut. Dann natürlich auch Dior Homme Parfum. Wie könnte ich eine Winterliste machen ohne diesen Duft? Es geht nicht, Freunde, weil es ist immer noch einer der geilsten Düfte für Herren für die kühleren Tage vom Jahr. Das einzige Thema ist, also ihr seht, das ist auch ein Iris-Duft. Von daher alles gut, genauso wie der Gentleman Givenchy. Das einzige Problem ist, dass der heutzutage nur noch bei Dior verkauft wird. Das heißt, du kannst den bei Parfümerien nicht mehr kaufen. Du kannst den nur noch bei Dior auf der Website kaufen. Das heißt, der ist auch nicht von Black Friday betroffen. Und die haben dann einen sehr fixen Preis mit. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, damit schießen die sich langfristig ins eigene Bein. Weil der ist so beliebt gewesen und so unfassbar verkaufsstark, dass es eigentlich keinen Sinn macht, den aus den Parfümerien rauszuziehen. Meiner Ansicht nach. Aber trotzdem ein sehr gutes Release. Also wenn ihr bereit seid, das Geld dafür auszugeben, sehr, sehr gerne machen. Was ich genauso empfehlen kann, ist der neue Sauvage Elixier. Warum? Weil der hauptsächlich ein Lavendelduft ist, mit so einer holzigen Basis und sehr würzig. Und dass er von der Haltbarkeit her sehr gut ist, das stimmt auf jeden Fall. Und den würde ich auch euch empfehlen als Designer Winterdüfte. Was haben wir noch? Auf jeden Fall von Tom Ford wollte ich noch mit reinbringen. Den Ombre Leather in der normalen Variante entweder oder als Parfum. Das hier ist die normale Variante. Die scheint bei den meisten Menschen besser wegzukommen. Deshalb zeige ich sie jetzt hier. Ich persönlich bin dabei eher ein Fan von dem Parfum. Also von dem mit dem weißen Label hier. Und das ist ein Leder-Jasmin-Duft. Also es ist ein dunkles Leder. Sehr intensives Leder auch. Nur dann mit einer Jasmin-Note oben drauf. Hat gewisse Parallelen zu Tuscan Leather. Was mein Lieblings-Leder-Duft aus dem Hause Tom Ford ist. Nur eben mit Jasmin. Dementsprechend ein bisschen süßer. Vielleicht auch ein bisschen tragbarer für den Alltag. Und mit einer super, super Hammer-Performance. Dann natürlich, was auch zu empfehlen ist, immer wieder, finde ich, der Tobacco Vanille. Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte für Designer. Einer der besten Düfte, die man sich kaufen kann. Gibt es aber auch schon 30ml. Genau, das eben ein Tabak-Vanilleduft. Mit einer super krassen Performance. Also der besagte Kollege, der ein großer Tom Ford-Fan ist. Hat den hin und wieder mal drauf. Und das ist sehr krass, wie stark dieser Duft wahrzunehmen ist. Was ich auch empfehlen kann. Natürlich Noir Extreme. Habe ich vor ein paar Jahren mal in einem Parfum-Video für den Winter drin gehabt. Ist auch ein süßer Gourmand-Duft. Der riecht wie Kulfi. Kulfi ist ein orientalisches Eis auf Dings-Basis. Auf Pistazien-Basis. Genau. Und dementsprechend Noir Extreme auch ein extrem fettes, fettes Release. Für nicht wenig Geld. Ich habe es ja eben gesagt. Bei Tom Ford ist hauptsächlich entscheidend, was der Tom selber dazu sagt. Und ich glaube Noir Extreme war so eine sehr gute strategische Entscheidung, den günstig zu machen. Gut. Das wären jetzt so ein paar, die ich empfehlen würde. Ich hatte letztens tatsächlich noch einen Duft hier. Und habe darüber auch einen YouTube-Short gedreht. Und zwar war das der Prada Luna Rosa Black. Den finde ich auch extrem nice. Das ist halt so ein typischer Prada-Duft. In dem Sinne, dass das ein richtig seifiger Duft ist. Also der riecht eigentlich wie so eine luxuriöse Kernseife. Und war aber auch von der Performance her sehr gut. Weshalb ich ihn jetzt hier auch nochmal mit reinpacken würde. Genau. Noir de Noir Benjamin finde ich übrigens auch sehr nice. Nur ist halt auch dann wieder ein Private Blend Duft. Gut. Das wäre also so aktuell. Wäre das so meine Favoriten. Ich würde ehrlich gesagt, ja, Roter Mond Schwarz. Genau. Das heißt, ähm... Was heißt das übersetzt? Ich würde ehrlich gesagt noch einen mit reinpacken, bevor wir hier fertig sind. Und zwar den Hugo Boss The Sand Absolute. Der auch übrigens, was mich sehr, sehr freut, seit ich das Video gedreht habe, ein bisschen in der Bewertung gestiegen ist. Der war vorher noch schlechter. Und ich habe das Gefühl, die Leute wissen den jetzt ein bisschen mehr zu schätzen. Das ist ein sehr süßer Duft. Also der wäre quasi wie Stronger With You. Absolutely. Nur halt nochmal süßer. Das ist aber ein ähnlich vergleichbarer Duft. Also ein ähnlicher Duft zu dem Armani, den ich eben hatte. Und auch sehr süß und super Performance für den Winter. Nur halt eben mit Fokus auf Süße. Äh, mit dem habe ich mich schwer getan. Man darf nicht übersprühen, sonst riecht es komisch. Ja, man musste auf jeden Fall die richtige, die richtige Dosierung finden. Aber ich finde, für so einen Designer Duft hat der eine super geile Performance. Und allein deshalb sollte man ihn einfach mal erwähnen und gucken, wie er, wie er so für einen selber funktioniert. Meinung zum Spice Bomb Infrared habe ich nicht getestet. Ich habe nur den Spice Bomb Night Vision getestet. Den fand ich aber überraschend gut. Wenn man das jetzt mit anderen Releases vergleicht, natürlich nicht. Aber es ist schon eine Überraschung gewesen im positiven Sinne.